It's been a long and long Getting from there to here It's been a long time Ich würde mal so sagen Nordic type, kein Nordic type Hin und her und rum und dumm Der Hund entwickelt sich einfach so, wie er sich entwickeln soll Das kommt alles Egal wo der Zug auch hinfährt Er fährt irgendwo hin Und das ist richtig Jetzt schauen wir uns mal Nordic type im GTA an Siska Hey Siska Siska Wo fahnd Siska So So ein Polarhund Leg dich mal hin Mädchen Komm Hinlege So So Wenn der richtig Unterwohle nachschiebt Der Hund Dann hält der auch hier In Corona Ohne Hütte Alles aus Wenn ich jetzt hier mit weiter züchte Das sind Millimeter in der Zucht Ob man links oder rechts züchtet Oder was auch immer Gell Mädchen Bist du feiner Oh ja So fein Wo ist das Mauselchen Ja voll Also Der Nordic type im GTH Oder der Der Polarhund Der GTH Polarhund Egal wie man ist Wenn ich mit dem Hund weiter züchte Dann gibt es ein Und ich gehe her und nehme einfach einen mit Fell Dann wird es hier mit Unterwohle genau in die Richtung gehen Gell Und wenn der Hund gut ist für mich Dann züchte ich auch weiter mit sowas Aber er muss eben diese Sachen haben Die ich mag An seinen Eigenschaften Gell Mädchen Laufisch war es auch schon Hätten wir gleich belegen können Dass man weitermacht Aber nein Aber nein Ich gehe her und gucke natürlich Und gucke natürlich Wie gut das der Hund ist Und der ist nicht der schlechteste Ist allerdings ein Spitzohr Spitzohren sind immer Ein bisschen Anders zu behandeln Ist sowas Das ist die Mama Das ist die Mama von ihr Gell Hey Lire Du bist du fein Ja Das ist die Mama Von ihr Und es gibt einfach Ruhe Und lasst Leute Die Züchten Ihre Arbeit tun Dank euch So Berlis Zwinger Dabei Ha Russisch kann ich auch schon Voll Französisch Bsen Die Züchten Ja Sust